Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Morgenmeditation, die dir dabei hilft, jeden Tag voller Klarheit, voller Vertrauen in dich und deinen Weg und ausgerichtet auf das, was du wirklich willst, in den Tag zu starten. Für diese Meditation setze dich aufrecht hin, sodass deine Wirbelsäule gerade ist, guck auch, dass dein Kopf nirgendwo angelehnt ist und ansonsten stelle sicher, dass möglichst alle Ablenkungen im Außen ausgeschaltet sind, sodass du wirklich die nächsten 20 Minuten nur für dich hast, um mit dir, den wichtigsten Menschen in deinem Leben, in den Tag zu starten. Und wenn du soweit bist, schließe hier gerne deine Augen und spüre einmal in deinen Körper hinein. Nimm hier einen tiefen Atemzug, atme tief durch deine Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund wieder aus. Komme hier ganz an, in deinem Körper, im Hier und Jetzt. Unten im Hier einmal alles ganz bewusst wahr, wo du dich im Raum befindest. Spüre die Sitzgelegenheit unter dir. Wahr, wie sich dein Körper anfühlt. Welche Geräusche gerade vielleicht noch im Hintergrund aktiv sind. Nimm all das ganz bewusst wahr. Du kommst immer mehr an, im Hier und Jetzt. Und rufe hier alle Anteile von dir in das Hier und Jetzt, indem du es ganz einfach laut aussprichst. Ich rufe jetzt alle Anteile von mir in das Hier und Jetzt. Atme hier noch einmal tief ein und wieder aus. Und verbinde dich nun mit deinem Herzen. Komme mit deinem Bewusstsein und deiner Aufmerksamkeit in dein Herz, in deinen Herzraum hinein. Nimm wahr, wie schnell oder langsam gerade dein Herzschlag ist. Und atme nun ganz bewusst mit jeder Einatmung in deinen Herzraum hinein. Fülle dein Herz mit Licht, mit Liebe. Und atme wieder aus und spüre dein Herz. Atme ein, in deinen Herzraum hinein und atme wieder aus. Nimm mit jedem deiner Atemzüge, dein Herz, diesen heiligen Raum, noch bewusster wahr. Verbinde dich mit deinem Herzen. Und atme hier ganz entspannt in deinen Herzraum hinein und wieder aus. Nimm dir hier einen Moment, um dein Herz zu segnen und ihm zu danken. Lass hier mit jedem deiner Atemzüge, Liebe und Dankbarkeit für dein Herz, für dich entstehen. Lass die Dankbarkeit und die Liebe für dein Herz in deinem Herzraum entstehen. Dankbar dafür, dass es dich leben lässt, erleben lässt, fühlen lässt, spülen lässt. Das ist dein heiliger Raum, deine Verbindung zu deiner Seele. Und spüre diese Liebe, spüre diese Dankbarkeit in deinem Herzen und immer größer und größer werden. Erfülle hier dein Herz mit Liebe, mit Dankbarkeit. Mach hier richtig auf. Mach hier richtig auf. Öffne dein Herz für die Liebe, für die Dankbarkeit. Lass es mit jedem deiner Atemzüge in dein Herz strömen. Atme tief in dieses Zentrum hinein. Atme aus und spüre diese Liebe, diese Dankbarkeit in deinem Herzen. Spüre, wie sie immer größer und größer wird. Wie dein Herz sie richtig anschwellt von Liebe und Dankbarkeit. Atme hier noch einmal ganz bewusst ein und wieder aus. Und du kannst dir nun vorstellen, wie aus deinem Herzen, aus deinem Becken, aus deinen Knien und aus deinen Füßen, kräftige, goldene Lichtwurzeln entstehen, die in Richtung Erde wachsen und sich dort mit der Erde verbinden. Den Boden unter dir aufreißen und nun immer tiefer und tiefer und tiefer in Richtung Erde wachsen. Lass sie immer tiefer und tiefer wachsen. Sieh, wie sie sich untereinander verzweigen und somit immer tiefer und tiefer gehen und du jetzt immer mehr und mehr loslassen kannst. In jedem deiner Atemzüge wird deine Verbindung zur Mutter Erde immer größer und größer. Stell dir nun vor, wie diese Wurzeln sich am Erdkern mit dem Herzen von Mutter Erde verbinden. Nimm mir gerne einmal einen tiefen Atem zu. Spüre die Verbindung zur Mutter Erde. Spüre diese Energie von Mutter Erde. Diese liebevolle, beschützende, behütende Energie von Mutter Erde, die dir Kraft schenkt, die dir Vertrauen schenkt, die dir Halt gibt. Lass dich hier fallen in diese Energie von Mutter Erde. Und mit jedem deiner Atemzüge fließt diese Energie von Mutter Erde über diese Lichtwurzel nun in deinen Körper hinein. Atme ein und lass diese liebevolle, dich beschützende Energie nun durch diese Lichtwurzel in deine Füße und in deinen ganzen Körper fließen. Mach hier auf, mach hier deine Zellen auf und lass dich von dieser Energie füllen. Fülle deinen ganzen Körper mit dieser Energie von Mutter Erde. Und spüre mit jedem deiner Atemzüge diese Verbindung zur Mutter Erde. Und erlaube dir nun, loszulassen und alles abfließen zu lassen, was dir nicht mehr dienlich ist. Lass all die Schwere, lass all den Stress, lass all die Sorgen und Probleme einfach los. Lass sie abfließen über die Wurzeln und gib sie ab und gib sie ab an Mutter Erde. Denn sie freut sich. Denn im Herzen von Mutter Erde wird all das in Liebe verwandelt. Also erlaube dir hier, loszulassen, dass alles abfließen, was dir nicht mehr dienlich ist. und alles, was du dafür tun musst, ist ganz entspannt, ein- und auszuatmen. Atme ein und wieder aus und lass los. Lass jetzt alles los. Und bring nun deine Aufmerksamkeit wieder zurück in dein Herz. Nimm noch einmal diesen heiligen Raum wahr. Nimm die Wärme wahr, die Liebe und die Dankbarkeit für diesen heiligen Raum, für dein Herz. Und du kannst dir nun vorstellen, wie in deinem Herzen eine kleine, goldene Lichtkugel entsteht, die nun mal größer und größer wird. Und tauche nun mit deinem Bewusstsein in diese kleine Lichtkugel hinein und steig in dieser Lichtkugel nun dein Körper hinauf. Zu deinem Hals in deinen Kopf hinein. Immer höher und höher, bis du mit deinem Bewusstsein in dieser Lichtkugel dein Körper, dein Kopf verlässt und immer höher und höher steigst. Steige nun mit deinem Bewusstsein in dieser Lichtkugel immer höher und höher hinauf. Und wenn du zurückblickst, siehst, wie der Körper unter dir immer kleiner wird. Das Haus, die Wohnung, in der du dich befindest, wird immer kleiner und lässt du hinter dir zurück. Du siehst das Land und die komplette Erde unter dir, wie sie immer kleiner und kleiner wird und du in dieser Lichtkugel immer höher hinauf steigst. Vorbei in verschiedenen Planeten und Sternen steigst du immer höher ins Universum hinauf. fliegst du durch verschiedene Galaxien immer höher und höher hinauf. In dieser Lichtkugel steigst du nun immer höher und höher hinauf. Durch verschiedenste Dimensionen steigst du einfach immer höher und höher und höher hinauf. Lässt alles Materielle hinter dir und wirst immer mehr zu reinem Bewusstsein, zu dieser Lichtkugel, zu reinem Licht. Und nun, ganz oben angekommen, in dieser Unendlichkeit, verbindest du dich mit der Quelle von allem, was ist. Verbinde dich hier mit der Quelle, die alles durchfließt und alles durchströmt, mit der Energie von allem, was ist. Verbinde dich hier in alle Zeiten, in alle Dimensionen, mit dem unendlichen Wissen, mit der unendlichen Weisheit, mit der unendlichen Weisheit. Werde zu reinem Bewusstsein. Atme hier ganz bewusst ein und wieder aus. Verbinde dich mit der schöpferischen Energie. Werde zu allem, was ist, zu reinem Bewusstsein. und verbunden mit dieser Energie von allem, was ist, mit dem Raum der grenzenlosen Möglichkeiten. Lass einmal vor dir, vor deinem inneren Auge, deinen heutigen Tag entstehen. Was willst du erleben? Wie willst du dich fühlen? Geh einmal, wenn alles möglich wäre, durch deinen heutigen Tag. Mit welcher Energie gehst du durch den heutigen Tag? Wie willst du dich fühlen? Lass nun die Bilder des heutigen Tages vor deinem inneren Auge entstehen. Wie sprichst du, wenn du voller Vertrauen in dich bist? Wie gehst du? Wie bewegst du dich? Welche Entscheidung triffst du? Womit startest du heute noch in den Tag? Was kannst du dir heute Gutes tun, um diesen Tag zu dem Besten deines Lebens zu machen? Sieh auch, welche Wunder heute geschehen. Welche unerwarteten Ereignisse warten auf dich. und freu dich auf sie. Freu dich auf diesen heutigen Tag. Kreier dir diesen heutigen Tag, so wie du ihn wirklich kreieren willst. Was kannst du heute tun, um dein inneres Kind so richtig rauszulassen? Was kannst du heute tun, um mehr Liebe und mehr Verbindung zu erfahren? Welchen Menschen kannst du heute etwas Gutes tun? Und lass diese Bilder nun vor deinem inneren Auge entstehen und mach sie groß. Mach sie richtig groß und tauche ein in diesen heutigen Tag und erlebe ihn, als wenn er jetzt schon Realität ist. Du bist der Schöpfer deines Lebens. Du kannst dir deinen Tag so gestalten, wie du es wirklich willst. Und welche eine Sache willst du heute endlich tun? Diese eine Sache, die du schon so lange in deinem Kopf hast, diese eine Idee. Heute ist der Tag, diese umzusetzen. Was willst du heute endlich tun? Welche Entscheidung in Richtung das Leben und das Leben deiner Träume willst du heute treffen? Und sieh, wie du diese Entscheidung treffst. Und sieh, was es mit dir macht. Spüre dieses Vertrauen. Spüre diese innere Stärke in dir und diese Demut und Dankbarkeit dafür, dass du diese Entscheidung betroffen hast und diesen Weg gehst. Und verbinde dich nun nochmal mit deinem Herzen und lass in dieses Bild von deinem heutigen Tag die Dankbarkeit und die Liebe deines Herzens fließen. Lass in diesen heutigen Tag die Liebe und die Dankbarkeit fließen. Freu dich auf diesen heutigen Tag. Das ist dein Leben. Das ist dein Tag. Du hast heute wieder die Chance als Mensch auf dieser Erde diese Erfahrung zu machen auf diesem riesengroßen Spielplatz. Spüre dein Herz und lass die Liebe und die Dankbarkeit mit vor einigen Augenblicke in dieses Bild von deinem heutigen Tag fließen. Und je länger du in diesem Gefühl von Liebe und Dankbarkeit bist, desto mehr holst du diesen wundervollen heutigen Tag in dein Leben und bist somit wahrhaftig Schöpfer deiner eigenen Realität. Atme hier einmal ganz bewusst ein und wieder aus. Und nimm dieses Gefühl und diese Verbindung nun mit. Tauche wieder mit deiner Lichtkugel runter auf die Erde in deinen Körper hinein und lass und lass nun dieses Gefühl dieser Liebe und dieser Dankbarkeit verbunden mit diesem wundervollen Tag in deinem Körper strömen. Lass diese Liebe und diese Dankbarkeit diese Energie die du gerade fühlst in jede Zelle deines Körpers fließen. Und mach hier richtig auf öffne dich für diese Liebe für diese Dankbarkeit für diese Energie. Öffne deine Zellen und lass deine Zellen sich von diesem Licht einhüllen. Lass diese Energie diese Liebe in deine Organe fließen in deine Muskeln in dein Gewebe und fülle deinen kompletten Körper nun in diesem Licht ein. Atme ein spüre dieses Licht diese Liebe und Dankbarkeit atme aus verteile sie in deinem ganzen Körper. und ich lade dich dazu ein nochmal für einige Augenblicke deine Hand oder deine beiden Hände auf dein Herz zu legen und noch einmal dich deinem Körper den heutigen Tag und dein Leben zu segnen. Spüre noch einmal in deinem Herzen diese Liebe und diese Dankbarkeit für dich für dieses Leben dass du heute wieder die Entscheidung getroffen hast für dich loszugehen dein Leben dir so zu gestalten wie du es wirklich verdienst wozu du wirklich bestimmt bist segne dich segne dein Herz segne dieses Leben und bade für einige Augenblicke in dieser Liebe in dieser Dankbarkeit sehr gut atme hier noch ein letztes Mal tief ein und wieder aus und komme nun langsam zurück in deinen Körper spüre die Sitzgelegenheit unter dir nimm wahr wo du dich im Raum befindest ganz jetzt ganz langsam in deinem Tempo das tun was dein Körper gerade braucht vielleicht deine Schultern einmal hochnehmen und kreisen deine Fingerspitzen und Fußspitzen langsam bewegen und dann sage ich herzlich willkommen in deinem heutigen wundervollen Tag zu deinem Tempo deine Augen öffnen und diesen Tag zu deinem Meisterwerk machen ich wünsche dir viel Spaß und denke mal dran enjoy your soulful journey und ich wünsche dir viel Spaß Untertitelung des ZDF, 2020